3. Untertiteln von SWISS TXT Ich weiss, die gears hat ihnen von allen alle von Porsche zu besuchen… Zu gern Dr. Xu von Dr. Xu's Klinik, Chang'o vom Restaurant. Sophie! Hoi, die alte Sophie fehlt! Will man hier Fallschaden bekommen? Will man hier Fallschaden? I overheard someone saying that Gust puts honeybee wax in his hair. That's why it's so shiny! Okay. Bye! Gust, Honigbeen und Max. Hallo Sophie! Wie bist du im Laden? Wie bist du im Laden? Ja. Hallo! Hallo! Nice to meet you! If you have any need for food items or seeds, you come right on by, you hear? Let me give you something as a welcome gift. Oh, that's nice. Hallo! Nice to meet you! Lust ein Rufpunkt! Was hast du da? Verdammt! Hambus-Papaya-Samen! Weizen-Samen! Zihoannah! � Neheuho! Pangus-Samen! Jacorn! Hil-Sament! Xin-담! Das ist eine kleine Karte von Emily, bei der Karte von der Karte von der Karte Hallo! Emily liebt meine Home-Cooking. Vielleicht kannst du manchmal zum Abendessen kommen. Nice, gern! Nö, wir können ja wieder trainieren. So, jetzt müssen wir den Treffen und die Steiffeln kommen. So, jetzt haben wir die Rechte gemacht. So, wir werden die Rechte halten. So, dann gehen wir jetzt in der Umgebung. Dann gehen wir wieder an den Rechte Körn. Man sieht Farzaiiii Okay, das ist gut. Kuprovar Rauzabau Vertigan Vielen Dank. Ich glaube, dass wir alle haben. Danke. So ein Schleifsteiger. 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 Ertegen! Fertigen Wilder Knoten von Balthry Wilder Knoten von Balthry Die Knochen. Die Knochen. Die Knochen. Ich habe einen mannhaften Auftrag für dich, mit dem du dich etablieren kannst. Spürst du es? Ich brauche drei Kupferklingeln für einige meiner Möbel. Und ich erwarte Macho-Qualität. Alles klar, du brauchst übrigens eine Schleifmaschine, um sie herzustellen. Was du noch keine hast, das ist alles, was ich über Handwerkszeug weiss. Äh, hat er auch. Sieh. 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 Ich werde erst einmal diesen machen. Schatzruhe Hmm. Was ist das? Wie ihr wisst, haben wir aktuell keinen Friseursalon in der Stadt. Seit Sanwa bei diesem Haarschneiderwerber von der Jury und den Teilnehmern wegen seiner Farbenblindheit verspottet wurde, hat er sich nicht erholt. Ich dachte immer, die Zeit teilt alle Wunden, aber in diesem Fall lag ich wohl falsch. Bei einem kürzlich erfolgten Gespräch kam er mir so niedergeschlagen vor, wie eh und je. Da wir keinen anderen Friseur in der Stadt haben, um die Arbeit zu übernehmen, hoffe ich, dass jemand Sanwa helfen kann, sein Selbstvertrauen wieder zu erlangen. In Zeiten wie diesen müssen wir füreinander einstehen und uns gegenseitig helfen. Ausserdem will ich wirklich nicht, dass Gast mir noch länger die Haare schneidet. Bügemeister Geil. Bügemeister Geil. Holzbretter. uter Gereiser 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 Hy把它 Glung Böken Ein Z-Unterdismus. Mein Geburtstag, Tag des Strand und Sonne. How did you find me? I always try to stay inconspicuous, you know. See you! Where is Lillian? Hi! The beverages here are all brewed by the brewmaster Jango himself. I am all. Yeah, yeah. Bye! I know Gale means well, but I don't think anyone can help me. I just can't take up the scissors again knowing I might bring misery to someone else. I just found out recently that I've been dyeing Remington's hair green this whole time. I feel so bad. Shit, though. Hello. Yes? I'm in a hurry to buy some food for Miss Ginger. Good day. Oh. Goodbye. I'm in a hurry to buy some food for Miss Ginger. Hmm. Strapping quality! Expecting nothing less from you, smallish builder. Möbeltischler, Kopfklinge, Rufpunkte, plus 22. I don't do that. It's a little bit. I don't do that. I don't do that. I don't do that. Okay. Oh Ah, danke. Ach, das gehört nicht mir! Oh, es ist ein Geschenk! Danke! Oh, es ist ein Geschenk! Ah, das ist ein Geschenk! Ah, das ist ein Geschenk! Oh, ja, das ist ein Geschenk! Oh, jawohl! Honig! Jeh! Ich liebe Honig! Ich liebe Honig! Ist da keine Kacke am Dampfen? Das ist eine Kacke am Dampfen. Ich habe mich zu sehen. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. So, jetzt die Uhr angeschmacht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Eine ausbronze gefertigte Axt kann mittelgroße Beine fernen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.